So, willkommen zur Folge, ich muss kurz überlegen, 34 Terraria Display. Wir befinden uns in der Hölle und... Oh, der muss ja auf seinen Angriff aufpassen. Wir befinden uns in der Hölle, um Höllensteinen abzubauen. Aua, der tut weh. Wir haben schon... Ich guck mal gleich im Inventar. Schon einiges, ungefähr 50 haben wir schon gesammelt. Guck mal schnell. 60. Reicht zwar leider noch nicht für irgendwas, aber hier gibt's ja noch eine Menge. Die Hölle ist groß. Da gibt's noch genügend Möglichkeiten. Daumen ist noch. Mann, du da... Ach nee, im... Ach, jetzt komm ich ja nicht mal hoch, so hoch sind die. So, hier oben war noch einer. Den nehm ich auch mit, den einen. Vielleicht fehlt am Ende noch einer. Oh, naja, Wurm kommt. Kein Problem. Wollt schon abbauen, bis er sich umdreht. Yay! Haha, triffst mich nicht, triffst mich nicht. Nicht dich aber. Läuft da wie geschmiert. Die Buddha. So, hab ich den Ofen schon? Hab ich. Ich nehm mal noch einen mit. Kann ich genug haben. Nur müssen wir ein bisschen... Leder muss die... mir ans Leder. Hier langsam runterbauen. Super. Klappt. Krieg ich die noch, die Erze? Ja, die krieg ich noch. Guck mal, ob ich die noch auf Deckung noch krieg. Ja. Anziehungskraft ist stark genug. Aua, verbrein mich nicht. Tut doch weh. Was denn ich dich ein... äh, unter Kühle? Daran hat der noch nicht gedacht. Aber wir mal auf die anderen. Ist hier irgendwo ne Tür? Ne, natürlich nicht. Äh. Ist jetzt so klug hier, sie rauszubauen? Ich mach's einfach. Den Gegner haben wir eh genug. Nein, nein, nein. Och, der... Achso, na denn. Wenn er nicht raus will. Das soll mich nicht stören. Bleib mir mal über die Lava rüber. Aschenblock. Aua. Passiert doch nochmal runter. Ah, au, 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 au. Ungünstig reingefallen. Hey, bleib hier. Weißt du, dass du umfallen willst? Beziehungsweise sterben. Oder nicht, sag's mal. Besiegete werden will er. Was ist da hinten? Ach, der hat so ne Wulupuppe. Ah, cool. Ist für die Fleischwand. Muss ich mir doch gleich krallen. Wenn ich die Fleischwand machen will, dann kann ich den damit beschwören. Ha, gibt es die Höllenpfeile, glaube ich. Das ist ja super. Und, Puppe hier droppt. Yes. Fremdenführerpuppe. Wenn wir die jetzt in die Lava schmeißen, dann kommt die Fleischwand, genau. Aber es waren die nicht stark genug ausgerüstet dafür. Deswegen werde ich erstmal noch ein bisschen Höllengestein farmen. Die Rüstung eventuell. Und auf jeden Fall das Schwert. Aber Schwert ist doof für die Fleischwand. Ich muss wie eine andere Waffe suchen. Eine Fernkampfwaffe. Mini-Hai vielleicht von dem... Wie heißt er? Die heißen ja immer alle anders. Sozial auf das Häuschen. So... Von der André. Der verkauft ja für... Relativ viel Asche. Die Mini-Hai. Aua. Nein, ich stand in der Lava. Ah. Tja. Ich spiele gern mit Lava. Mit Magma. Das stand ist da unten drin. Ohne. Die Hälfte des Geldes ist von mir verloren. Na. Aber ich habe sogar genug für den Mini-Chark. Ich könnte mir aber keine Munition mehr kaufen dann. Egal. So. Ofen. Habe ich hier irgendwo eine Schmiede? Ich erweite mal mein Haus hier unten. So quasi nochmal Kelleranbau. Muss ja nur groß genug sein, damit ich hier den Ofen da reinstellen kann. So. Das ist der Tanks-Brick. Ähm. Da ist ein Tanks-Brick. Nein, ich brauche das Erz. Da. Gehe ich an den Ofen, stelle ein paar Bricks her. Ein paar Steine. Da haben wir es dann. Nein. Reicht nicht für die Wand. Muss ich erstmal so lassen. Hämme allein. Vielleicht das hintere auch kaputt machen. Ach, wenn ich mich nicht enttäusche, habe ich doch noch, Hoffenwiese. Hier habe ich doch noch. Ähm. Wo sind denn die? Krautziegelwand. Wie? Alle aufgebraucht? Nee, oder? Kupferziegel? Jetzt sagt nicht. Nein. Ich habe keine mehr. Hier? Hier? Oder in der normalen Truhe? Stein? Verdammt. Äh. Ja, gut. Bin nicht. Wo war der Ofen? Hä? Geht nicht? Das waren jetzt nicht die Barren, die jetzt noch... Ich habe es befürchtet. Obsidian. Na, 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 na. Müssen wir noch Obsidian farmen. Sonst wird das nichts. Weg damit. Spawnpunkt. Kamen wir schon irgendwo im Bett zu stehen? Oh, wollen wir auf den Dachboden schlafen? Da stehen schon Kommoden. Ja, da kommt jeder weg. So, Spawnpoint. Wenn ich jetzt sterbe, komme ich da oben wieder. Die Kommode. Komme ich gerade nicht irgendwo hin. Da ist die Mini-Hai. Ich glaube, die werde ich mir 100 pro holen. Für die Fleischwand. Das ist das Beste, was ich machen kann. So, willst du einen Ton-Topf haben? Du hast keinen Platz, sehe ich. Doch, da hinten. Welchen Samen gekriegt? Leuchtwurtssaat. Ja, wunderbar. Pilzgrassaat. Kann ich da reinmachen? Ich glaube nicht. Probier's mal aus. Die ist ja fertig hier oben. Verdammt! Sie ist gerade zurückgebildet, als ich machen wollte. Nee, das geht nicht. Gut. Ich glaube, zum Glück noch welche. Verändern. Dopp, 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 dopp. So, runter. Na, Mädel? Partygirl? Wo wohnst du denn überhaupt? Ach, hier unten. An der Bar. Nee, ist klar. Partygirl wohnt an der Bar. Was? Tankst du im Blick? Wo ist die hier? Das ist plötzlich hier. Wird so verguckt. So, dann mach ich jetzt ein paar Wände draus. Reicht jetzt natürlich auch wieder auf. Keinsten. Mal wenigstens so, dass es relativ zu aussieht. Rope. Ach, ich mach einfach mal alles mit einem Mal weg. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hier ist nichts zum Nicht-Brauchen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. So, Kommode. Da haben wir einen Dachtboden. Nur noch keinen Zugang. Ein Schläckblock. Der kommt hier hin. Oh, Tankstenohr. Wo ist er? Gleich herstellen. Nee, Stabstein abgelegt. Nein. Wenn ich jetzt nicht, wie viel ich gekriegt habe, ich nehme manchmal mehr. Ein. Das ist wie hier vier Wände. Tankstenohr. Tankstenohr. So. Schon etwas weitergebaut. Langsam, aber sicher. Geht das. Dämonit-Erz. Mal wieder schön abgebaut. Essend Ironhelm. Rüstungszeug. Dann haben wir hier aber das Leier. Ein bisschen zugesetzt. Ich lege den mal da rein. Und den anderen verkaufe ich. Doppelt brauchen wir nicht. Haben eh nur einen Kopf. Zehn Silber hat er gebracht. Eichel brauchen wir nicht. Oh, Fire Impana. Hier ist kein Platz. Da geht's noch. Sieht komisch aus. Das Haut vom Fell gezogen. So, dann packen wir da rein. Glibber können wir neu brauchen. Holz haben wir wenig. Aber brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen vielleicht höchstens noch einen Eimer für Wasser. Oder wir schicken eine Wasserquelle runter. Wie sieht's denn da aus? Mal sowas in der Nähe. Sind das hier noch Pumpkin? Thumbstone. Oh. Ja, die machen wir von mir. Ach, da ist Obsidian. Ich seh schon. Dann muss ich da hin. Hier ist ein Durchgang. Dann bin ich auch schneller da. Als vermutet. Ah, da ist auch Wasser. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ich gucke nochmal schnell, ob ich alles hab. Dann lege ich mich wieder runter. Hör den Stein nämlich erstmal mit. Ja. Und los. Vielleicht krieg ich ja wenigstens das Schwert hin. So, jetzt darf ich meinen ganzen Weg nochmal. Beziehungsweise den halben Weg. Brauche ich Obsidian. Für die ganze Rüstung reicht es vielleicht nicht. Aber ich kann ja nochmal runter gehen. Erstmal Obsidian farmen. Davon brauchen wir genügend. Genügend. Oh, ich kenne ja den Weg schon auswendig. Wow. Wieso tief fallen? Hab mal kein Ufeisen. Ufeisen würde mich übrigens vor Fallschaden bewahren. Beschreibung. Negiert den Fallschaden. Oh, da war noch ne Leuchtwurz. Aber ich hab ja noch welche oben. Ein bisschen Glibber holen vielleicht von hier. Nee, Quatsch. Wow. Verdammte giftige. Ne Leuchtstab, nicht Glibber. So war richtig. Runter geht er schneller als hoch. Wenn man nicht unbedingt, wenn man nicht sterben sollte. Er geht natürlich hochschneller als runter. Den Glibber kann ich auch gebrauchen. Und rechts runter. Hier wollte mich ja letztes durchgraben. Jetzt muss ich gleich wieder gucken, wo es lang geht. Es gab ja zwei Wege, wo ich mich jetzt entscheiden darf. Welchen von beiden ich nehme. Was ist denn da näher dran? Links. Links geht schon schneller. Okay, dann gehe ich nach links. Komm her, Wikinger. Untoter Wikinger. Aua. Aua. Am tiefer Fall. Weh getan. Auf meine Knöchel. Oh. Den hab ich nicht gut abgefangen. Tanzen. Wenn wir tanzen sehen, können wir auch mitnehmen. Ey, kann nicht schwimmen. Raus hier. Das Licht machen ist ja gar nichts. Werden waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Gucken wir mal schnell den Gang entlang, ob ich irgendwas sehe. Ach, da oben. Den Fackel hin hier. Ich hab da einen Smaragd gesehen. Und ein Eisbett. Ein Bett, Eisbett. Jetzt sammeln sich ja wieder an hier. Ich will auch noch Farben. Aber egal. War dann relativ schnell weg. So. Das war jetzt der Fluss. Beziehungsweise See. Nein. Den müssen wir teilweise ablassen. Um in Lava ranzukommen. Als Obsidia. Hey, lass mir Ruhe. Meinen ist am geschicktesten. Hier aber. Dann darf es erstmal runterfließen. Dauert ja eine Weile. Leider gehen die Fackeln kaputt, aber... Für Obsidia macht man das schon. Kann ja neue setzen jederzeit. Läuft es hier voll? Mal da unten weghacken. Ach, läuft es auch so runter. Okay. Wunderbar. Ich fach jetzt, ob ich Obsidian abhacken kann mit der Hacke. Wäre unsinnig, finde ich. Yay. Es geht. So, Fackel. Oh, noch ein Smaragd. Kann ich hier sehen. Na dann. Auf so'n fleißigen Hacken. Für jeden Hellenstein-Bahn brauchen wir ein Obsidian. Müsst wir schon eine Weile hier stehen. Oh, es geht ja schnell. Ich dachte, Obsidian ist härter. So, ich hacke mich mal hier kurz ein. Und würde sagen, das andere Obsidian, was wir noch brauchen, holen wir jetzt in der nächsten Folge. Und bis dann, ja. Auf Wiedersehen.